hallo meine lieben willkommen auf meinen youtube kanal ich hoffe euch geht es gut ihr habt es ja gesehen oder in den videos mitbekommen dass ich einen neuen shop eröffnen möchte deshalb werde ich meinen shop der euch momentan eingeblendet wird vom netz nehmen bis zum freitag den 12 dritten könnt ihr noch ware bestellen für die angegebenen preise danach wird sich preis was ändern und auch das design vom shop mit neu gestaltet wie gesagt mein webmaster team wartet seit monaten auf mich jetzt muss langsam power geben weil auch neue produkte kommen wieder regenbogenkuli bademäntel und so weiter und so fort und da darf man also wie gesagt gespannt sein was noch passiert es wird einiges mehr passieren neue produkte accessoires bilderrahmen also es gibt ganz ganz viele neue produkte ein auszug habe ich euch ja eben genannt man darf gespannt sein fragen natürlich vorab per whatsapp e mail könnt ihr mich stellen oder schreibt mir eine sms und wie lange das natürlich jetzt dauern wird bis der neue shop online ist das kann ich euch nicht sagen es kann schnell gehen es kann aber auch ein zwei drei oder vier monate dauern und ja ihr dürft gesandt gespannt sein freut euch drauf ich wünsche euch noch einen schönen tag tschüss euer mark ich 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 Vielen Dank.